halloa liebes internet und hallo zum nächstbesten vlog des wuls und ja ist ja schon mal eine seitel her seit dem letzten vlog und es gibt news ich habe arbeit seit zwei halb drei monat und trotzdem dass ich erst so kurz wieder arbeit durch habe ich urlaub gekriegt weil der schon vorher gebucht war und all so ein scheiß und das bedeutet ich bin morgen in der früh schon auf dem weg nach island und zwar für zwei wochen bis zum zehnten achten island die natur spüren von der dvd die man mitkriegt haben werden wir heute noch geben ja island für zwei wochen das bedeutet natürlich ich werde bewaffnet mit der hier und den beiden gopros die jetzt schon eingepackt sind in allen möglichen sachen in rucksack und tasche und so weiter weil natürlich filmen und fotos machen wie ein wahnsinniger und immer schauen dass sie vielleicht also meine jetzige idee noch ist dass sie an täglich täglich videos macht ob ich die täglich hochladen kann ist komplett keine ahnung wenn ich glück habe vielleicht island hat ja extrem gutes internet dementsprechend ja mal schauen ob es schafft vielleicht täglich videos hochzuladen wenn nicht wäre jetzt sicherlich schauen also spätestens am elften oder so wird es dann erst einmal an kiste videos geben von island selbst währenddessen kommen jetzt noch an zwar videos hoch von dsa und mass effect das jetzt die nächsten zwei wochen ist sehr ruhig auf meinem channel eben ich bin in island sofern internet haben die möglichkeit habe wenn natürlich keine videos hochladen und wenn es nur kleine vlogs sind wo ihr vielleicht in die kanon rät um quasi einen status abzugeben das ist halt so für die nächsten zwei wochen und ja dementsprechend danke fürs zuschauen und freut sich auf die nächsten zwei wochen wule vlogs ich hoffe sie werden euch gefallen ja das war schon wieder und bis zum nächsten video ciao